Der erfahrene Journalist Nicolas Witschel hat Prinz Harry und Meghan Markle einen brutalen Seitenheb verpasst, als er sich darauf vorbereitet, sein Mikrofon aufzulegen. Anfang dieser Woche war Witschel ein letztes Mal im Nebro-Casting-Haus, wie er es seit 25 Jahren fast an jedem Weihnachtstag getan hat, und verfasste seinen Bericht über die Botschaft des Königs und die königliche Versammlung in Sandringham. Jetzt, da er in den Ruhestand geht und an die Disziplin gebunden ist, die er als BBC-Reporter beschreibt und bei der man nicht auf Sendung gehen und nur sagen kann, was man denkt, erlaubt er sich endlich die Freiheit, seine Meinung zu äußern. Man kann Harry und Meghan in dieser Geschichte nicht ignorieren, so langweilig sie manchmal auch sein mag. Wir haben ausführlich über die Trennung, die Biografie und alle anderen Vorstellungen davon berichtet. Es gibt seit langem Seifenoppen-Aspekte in der königlichen Familie und einen Appetit auf das Ende der Berichterstattung über den Titel-Tetel-Skandal. Das ist kein Aspekt, mit dem ich mich wohlfühle, aber ich erkenne, dass es Teil des Jobs ist, schrieb Nicolas Witschel in der Sunday Times. Der 70-Jährige hat die letzten 25 Jahre damit verbracht, über die königliche Familie zu berichten, nachdem er 1976 als Volontär zur BBC gekommen war. Das bedeutete, dass Witschel hunderte von Stunden vor der Kamera verbrachte, um das Handwerk zu perfektionieren. Doch als er im Mai 2019 die Nachricht über die Geburt von Baby Archie überbrachte, fehlten ihm während einer Live-Übertragung vor dem Buckingham Palace die Worte. Als er bereit war, die Nachricht vom ersten Kind des Herzogs und der Herzogin von Sussex zu verkünden, kehrte er ins Studio zurück. Dies löste Online-Spekulationen über eine mögliche gesundheitliche Beeinträchtigung aus. Es war sicherlich ein seltenes Missgeschick für den Moderator, der einst vom damaligen Prinz Charles als schrecklich gebranntmarkt wurde. In einem Artikel für die Sunday Times vor seinem Ruhestand im nächsten Jahr erklärte Witschel jedoch, was seiner Meinung nach während der Übertragung passiert war und dass es sich um einen brutalen Seitenhieb auf Harry und Meghan handelte. Das war mein schlimmster Moment in 48 Jahren, als ich live im Fernsehen vor dem Publikum versiegte. Ich ging um Harry und Meghan, und vielleicht war ich unbewusst einfach nicht so interessiert. Jeder würde versiegen und sprachlos sein, wenn er versuchen würde, etwas Positives über Harry und Meghan zu sagen, sagte er. Ein Zuschauer in den sozialen Medien meinte damals, dass Witschel den Unsinn genug verhärtet habe. Witschel fügt hinzu, ich habe mich natürlich gefragt, was schief gelaufen ist. Ich war müde. Man muss sich dazu aufraffen, da zu stehen und das zu tun, und das habe ich nicht getan. Ich war selbstgefällig. Man darf beim Live-Fernsehen nicht selbstgefällig sein, denn wenn man es ist, kann es einen beißen, wie ich es vor so vielen Millionen Menschen demonstriert habe. Diese Geburt folgte keinen königlichen Protokollen und war ein völliger Reinfall. Sogar der Palast blieb im Dunkeln. Kein königliches Kind. Weder war noch das Nächste. Damals und heute gibt es viele Gerüchte über sie. Witschel sagt, dass er nach dem Vorfall Unterstützung von der Öffentlichkeit erhalten habe und Schauspieler, die auf der Bühne ums Leben gekommen seien, ihm geschrieben hätten, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Er sagt jedoch, dass er diesen Moment nie zurückverfolgen konnte, weil er sein Selbstvertrauen ziemlich erschüttert hatte. In der Geburtsanzeige von Canon Palace auf ihrer Website hieß es, Archie sei ein Ersatz. Dies war mehrere Stunden lang in Betrieb, bevor es abgebaut wurde. Es wurde behauptet, dass es sich um einen Hack handelte. Davor hatte es noch nie einen Hack gegeben und seitdem so gut wie nichts mehr. Wussten königliche Kommentatoren und Journalisten etwas, durften es aber nicht sagen? Die verstorbene Königin war nicht darauf vorbereitet, Meghan und Harry im entscheidenden Moment zu behandeln. Der Palast hätte sich mehr darum bemühen sollen, Meghan in den Lebensstil der britischen Königsfamilie zu integrieren, und umgekehrt. Sie hätten ihr nicht gleich einen Titel geben sollen. Sie hätten ihr nicht sofort Schirmherrschaften gewähren sollen. Sie hätten sie zur Staatsbürgerin machen sollen, bevor sie ihr erlaubten, das Vereinigte Königreich zu vertreten. Sie hätten ihren Forderungen nach Geld und Status nicht nachgeben dürfen. Für eine Mutter lassen sie sich von Harry herum schützen, und das ist die Konsequenz.